Manchester Uniteds Kapitän Antonio Valencia erwägt offenbar, die Red Devils nach Ablauf seines Vertrages im Sommer zu verlassen. Wie der Mürra berichtet, befinde sich der Rechtsverteidiger derzeit bereits in Verhandlungen mit Inter Mailand. Er lebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft nach Ende dieser Spielzeit aus. Zwar hat der Verein die Option, den Kontakt um ein weiteres Jahr zu verlängern, jedoch bevorzuge Valencia derzeit, United nach zehn Jahren zu verlassen. Antonio Valencia absolvierte mehr als 300 Spiele für United während seiner Zeit bei den Red Devils, gewann der äquadorianische Nationalspieler insgesamt zehn Titel, darunter zwei Meisterschaften, sowie den FA Cup. Punkt. Valencia war einst im Sommer 2009 von Wiegand nach Manchester gewechselt, wo er seither in 338 Pflichtspielen auf dem Platz stand, 25 Tore, 62 Assists. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020